Clan-Familie Remmo hat fünf Immobilien weniger, sie gehören jetzt dir und mir, sie sind beschlagnahmt worden vom deutschen Staat. Eine Berliner Richterin, die hat hier endlich mal Tacheles gesprochen, ich kann sie euch auch mit Namen nennen. Und dann gibt es noch Infos über Issa Remmo, der nämlich sein Insolvenzverfahren in zwei Monaten abschließen wird, damit er dann die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen kann. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es geht heute um eine der bekanntesten Familien aus Berlin, beziehungsweise aus Deutschland. Die Familie R würde wahrscheinlich die Bild-Zeitung schreiben oder eine andere, es ist die Familie Remmo. Ursprünglich kommen sie aus Südanatolien, haben aber arabische Abstammung. Ihr wisst vielleicht noch, es gibt hier einen langen, langen Prozess schon, wo 77 Clan-Immobilien 2018 beschlagnahmt worden sind, im Gesamtwert von 9 Millionen Euro. Jetzt gibt es hier endlich ein Urteil, ein rechtskräftiges Urteil von Susanne Wettli. Sie ist nämlich knallhart gewesen und hat fünf Immobilien, die bei der Verhandlung Teil des Prozesses waren, einfach eingezogen, weil die Familie nicht nachweisen konnte, wie sie bezahlt wurde. Der Remmo Clan, er ist bekannt für den Einbruch im grünen Gewölbe in Dresden, wo sie den Deal mit dem Staat gemacht haben, dass man überhaupt einen Teil der Beute zurückbekommt. Außerdem die dicke, die 100 Kilo Maple Leaf Goldmünze aus dem Bode Museum haben sie auch geklaut. Am Kudamm haben sie öfters mal Geldtransporter überfallen. Die Sparkasse in Mariendorf haben sie in Schutt und Asche gelegt. Es sind weit über 1000 Leute. Zentrum ist eigentlich Berlin-Neukölln. Jetzt geht es hier allerdings um Immobilien, die in einem selbstständigen Einziehungsverfahren dem Eigentümer abgenommen worden sind. Und das ist nicht mehr wie richtig, aber pass auf, das kann auch Deutsche treffen. Wir müssen immer beweisen können, woher wir das Geld hatten. Sie haben Straftaten zu Hunderten, zu Tausenden absolviert, Millionen erbeutet, leben teilweise von Sozialhilfe und kaufen dann am Ende Immobilien. Das ist Geldwäsche, die sich bisher nicht hat nachweisen lassen. Im Sommer 2017 ist der Paragraf 435 der Strafprozessordnung in Deutschland in geänderter Form in Kraft gedreht. Dieser Paragraf ermöglicht staatlichen Zugriff auch außerhalb eines Strafverfahrens. Damit sich Verbrechen nicht lohnt, kann kriminell erlangtes Vermögen auch ohne Verurteilung wegen einer Straftat abgeschöpft werden. Ja, da haben wir wieder Dinge, die ohne Prozess funktionieren. Aber du und ich, die jedes Jahr beim Finanzamt eine Steuererklärung abgeben, wir können meistens beweisen, woher wir das Geld hatten, für eine Immobilie zu finanzieren. Meistens nämlich haben wir einen ganz normalen Kreditvertrag mit der Bank. Man muss also beweisen können, dass es rechtmäßig erworben wurde, sein eigener Besitz. Und damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich kann jederzeit nachweisen, mit Rechnung, mit Kontoauszug, mit Geld, dass ich die Dinge rechtmäßig erworben habe. Es muss jetzt nicht mehr erst bewiesen werden, dass es aus Straftaten stammt. Es reicht aus, wenn du und ich nicht beweisen können, wie wir es bezahlt haben, dass es vermutlich illegal bezahlt wurde. Und das war eine sensationelle Änderung 2017. Die Richterin sah es nämlich jetzt als plausibel an, dass die Gelder nur aus Straftaten stammen können. Die Richterin sagte nämlich, dass Karim Remmo, um den es hier geht, die Straftaten auch nicht selbst begangen haben müsse. Es reicht aus, wenn das andere Familienmitglieder getan haben. Andere legale Geldquellen gab es nicht. Was mit den kriminellen Geldern folglich finanziert wurde, ist einzuziehen. Die Anwälte der Familie Remmo sehen das selbstverständlich anders. Sie können jetzt lediglich zur Revision zum BGH gehen und dann entscheidet der BGH. Ich bin mir sicher, der BGH wird hier entscheiden für uns. Denn Karim Remmo, 40 Jahre alt, sechs Kinder, hat bis Herbst 2015 von Sozialleistungen gelebt. Das ist ein grobes Missverhältnis zwischen dem Wert der gekauften Immobilien und dem legalen Einkommen. Er hat nämlich zwei Jahre später für mehrere Millionen Euro hier Immobilien gekauft und sagte immer nur, das Geld kommt aus einer Erbschaft. Aber auch eine Erbschaft kann man nachweisen. Auch eine Erbschaft aus dem Ausland kann man nachweisen. Hier wurde überhaupt nichts vorgelegt. Und da sagt die Richterin ganz klar, das ziehen wir ein und das ist wirklich gut so. Es geht jetzt um die Immobilien der Familie Remmo in der Eschersheimer Straße in Berlin-Tempelhof, am Hanfgraben in Berlin-Neukölln, in der Rudower Straße und im Goldhähnchenweg Buko. Ich finde alleine diese Namen, die Sie sich hier ausgesucht haben, sind phänomenal. Aber diese Familie, die ist wirklich mit äußerster, äußerster Vorsicht zu genießen. Ich hier in Berlin, naja, ich habe selten welche gesehen. Es ist wirklich eine Großfamilie, die es sich zum Geschäftsmodell gemacht hat. Straftaten zu begehen, das ist einfacher und bringt mehr Rendite als legal zu arbeiten. Natürlich hat man das Ganze dann mit teilweise legalen Geschäften überpinselt und wäscht dann natürlich auch so das Geld. Zur Familie gehören alleine in Berlin-Neukölln mindestens 103 Personen. Insgesamt sollen es über 1000 sein. Der Chef Issa Remmo, er hat 13 Kinder und ist gemeldet in einer kleinen Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern. Ob er da wirklich lebt, sei mal dahingestellt. Er durchläuft dort ein Regelinsolvenzverfahren und steht kurz vor seiner Restschuldbefreiung. Mitte September soll es soweit sein. Dann ist Issa Remmo ein schuldenfreier Bürger, der die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen möchte. Und Issa Remmo ist frei von Straftaten und hier kommt der Rechtsstaat wieder an seine Grenzen. Wenn er einen Einbürgerungsantrag stellt und keine Straftaten ihm zur Last gelegt werden, werden sie ihn am Ende einbürgern. Und dann haben wir endlich eine deutsche Großfamilie, die kriminell ist. Leute, sie sind wirklich wahnsinnig. Es gibt hier schon von 2012 den Bericht des Landeskriminalamtes Berlin, wo auf 43 Seiten eine Analyse der Familie Remmo stattfindet. Dieses Papier liegt unter anderem dem RBB vor. Es trägt den Titel Statistische Erhebung arabischer Straftätergruppierungen und zeigt, dass zwischen 2009 und 2011 rund 60 Prozent der in Berlin gemeldeten Familienmitglieder in verschiedenen Strafverfahren auftauchen. Aber hat nichts mit nichts zu tun. Die Polizei, sie versucht die Familien zu überwachen. Das ist technisch anspruchsvoll. Die Organisationsstruktur alleine aufgrund der Vielzahl der Mitglieder der Familien macht es schon schwierig. Es gibt immer wieder diese Bemühungen, die finanziellen Aktivitäten einzuschränken und die Vermögenswerte einzukassieren. Das hat jetzt endlich geklappt. Diese Richterin hier in Berlin, großen Respekt, dass hier endlich mal wieder Recht gesprochen wurde. Auch Recht im Namen des Volkes. Uns gehören jetzt fünf wunderschöne Immobilien in verschiedenen Berliner Stadtbezirken. Ich bin gespannt, ob man sie einfach gleich zum Verkauf anbietet oder wie das Ganze hier weitergeht. Es ist Sache des Landes Berlin. Sie könnten das Ganze natürlich auch einfach dann an eine ihrer Wohnungsbaugesellschaften verkaufen. Das Geld in den Senatssäckel einstreichen. Vielleicht der Polizei ein paar neue Autos dieses Jahr davon kaufen. Und dann hätte der Staat hier enteignete Immobilien, die dann in den Bestand der Wohnungsbaugesellschaften des Landes Berlin übergehen. Dann können sie dort eine, wie sie sagen, faire Mietenpolitik betreiben. Und dann hätten wir am Ende alle einen kleinen Mehrwert davon. Ich bin gespannt, wie die Sache ausgeht. Es stehen noch Dutzende weitere Immobilien im Feuer. Und der Staat, er muss hier endlich klare Kante zeigen. Und ganz richtig, wenn du nicht beweisen kannst, wo du das Geld her hast, um dein Vermögen gekauft zu haben, dann sagen wir, ist es illegal. Denn du und ich, wir können immer beweisen, wo das Geld herkommt. Steuerbescheide, Kreditverträge, Erbschaften, Testamente. Es ist ja in Deutschland ein bisschen Bürokratieland. Wir haben alles schwarz auf weiß. Und genau daran scheitern diese Großfamilien. Sie haben die Rechnung ohne den Staat gemacht. Er ist zwar langsam und behäbig, aber wenn er dann mal agiert, dann agiert er meistens so, dass es zum Vermögensschaden des Einzelnen ist und zum Vermögenszuwachs des Staates. Ich bin gespannt auf deine Meinung, kommentiere das Video unbedingt. Wie siehst du das? Kennst du ein paar Mitglieder dieser Familie? Es gibt ja auch noch die ganzen anderen, Miri und so und so weiter. Wir brauchen die jetzt gar nicht alle nennen, sonst fühlt sich noch jemand hier auf den Schlips getreten. Oder vielleicht fühlen sie sich auf den Schlips getreten, weil sie nicht genannt werden mit Issa Remmo in einem Satz. Aber das kannst du mir mal unter das Video kommentieren. Abonniere auch X und Telegram für die unzensierten Bilder. Ansonsten sage ich Ciao. Bis bald.